Wir beschäftigen uns mit Energie- bzw. Energieversorgung. Wir bauen Maschinen, die CO2 aus der Luft filtert. In den letzten drei, vier Jahren haben wir mehr als 300 Millionen Bettflassen recycelt von unseren Leitteppich. Nicht jeder versteht, wie es wichtig ist, dass wir in unseren Innovationen fokussieren. Wenn wir in unseren Innovationen fokussieren, macht das einen grossen Unterschied zwischen der Umwelt. Wenn wir mit den Zentralen mehr effizient werden, dann wäre ich sehr glücklich. Mir gefällt es, dass ich an Systeme arbeite, welche weltweit eingesetzt werden. Und dieses System leistet einen grossen Beitrag zur Energieversorgung. Ich kann mit diesen Fähigkeiten, die ich erworben habe, etwas gegen den Klimawandel machen. Und das finde ich sehr befriedigend. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.